Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Daniela und heute gibt es mal kein Workout. Heute dreht sich alles um die schwedische Bekleidungsfirma I Can I Will. Nach einem kurzen Intro geht es auch sofort los. Wie schon angekündigt, geht es heute um die schwedische Bekleidungsfirma I Can I Will. Es produziert Bekleidung für Herren, Damen und auch Schwangere und für diverse Sportarten. Dieses Outfit, was ich gerade anhabe, habe ich mir selbst zusammengestellt und ist auch selbst bezahlt. Das Schöne an diesem Outfit ist, es ist perfekt für den Herbst. Außerdem habe ich ihn ausgesucht, weil wir ab und an Tennis spielen und du hast an dieser Zeit eine Besonderheit, die möchte ich dir jetzt gerne mal zeigen. Ich habe hier extra Tennisbälle mitgebracht. Du kannst nämlich in dieser Zeit Tennisbälle verstecken, sozusagen. Also wenn du gerade dabei bist, deine Tennisleidenschaft zu entdecken, bist du mit dieser Zeit auf jeden Fall gut bedient. Die Qualität ist einfach 1A. Der Stoff ist wunderschön, er fühlt sich wunderschön auf der Haut an. Und das Wichtigste bei jeder Zeit ist, dass sie squat-proof ist. Bei diesem Outfit findest du zwei Emblems. Einmal hier und einmal, jetzt muss ich es suchen, hier unten am Fußgelenk. Außerdem habe ich mir dieses Long Crop Top ausgesucht, was ich super, super praktisch finde. Es ist luftdurchlässig, das heißt schweißabsondernd und ich mag diesen Schnitt eines Crop Tops. Jetzt siehst du das ganze Outfit mal ohne Crop Top. Kann man es sehen. Du findest an diesem schönen Sport-BH und das ist ein Klassiker bei I Can I Will, der geht immer, geht auf alles und immer eine Raffung zwischen den Brüsten. Einmal links das Emblem. Es hat überhaupt keine Caps, brauchst du auch gar nicht für diesen Sport-BH. Und hinten findest du einen wunderschönen Kreuzschnitt. Mit diesem Outfit bist du auf jeden Fall für Tennis oder auch andere Sportarten bestens ausgerüstet. Gut, bevor wir zum nächsten Outfit kommen, möchte ich doch noch etwas zu dieser schönen Tide sagen. Die ist dunkelblau und sie ist High Waist geschnitten. Super, super weich am Bauch und du kannst dein kleines Bäuchchen voll Tagen deiner Tage einfach mal ein bisschen verstecken. Ich möchte zum nächsten Outfit kommen und du wirst es wahrscheinlich nicht erahnen, es ist eine weiße Tide. Weiße Tide. Um jetzt hier weiter zu machen, muss ich mich einmal kurz umziehen und wir kommen auch gleich direkt schon zum nächsten Outfit. Kommen wir zu Outfit Nummer 2. Und jeder weiß, weiß verzeiht wirklich gar nichts. Bei dieser Tide müssen wir sagen, im Prinzip ist es die gleiche Tide wie die erste, aber die ist wesentlich dicker. Auch hier hast du die Möglichkeit, Tennisbälle unterzubringen oder vielleicht auch dein Handy. Whatever. Ich habe die jetzt kombiniert mit diesem weißen Sport-BH, den ich dir eben schon vorgestellt habe. Und ihr wollt natürlich alle sehen, wie sieht sie von hinten aus. Die wichtigste Frage bei einer weißen Hose ist immer, wie sieht der aus. Ich zeige es dir kurz. So sieht sie von hinten aus. Zu meinem Leid muss ich tatsächlich gestehen, dass ich eine dunkle Unterwäsche heute trage. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Trotzdem, ich zeige es euch gerne nochmal von hinten, wie die Hose von hinten aussieht. Auch sie ist von der Qualität mega, mega gut. Und der Stoff, der fühlt sich einfach mega, mega schön an. Ich versuche es euch mal irgendwie zu zeigen. Auch hier machst du überhaupt nichts verkehrt. Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht meine Outfits ständig kombinieren würde. Entweder so. Oder so. Oder so. Ich hoffe, diese Outfits gefallen euch. Und bevor wir weitermachen können, muss ich mich wieder mal umziehen. Kommen wir zum nächsten Outfit, beziehungsweise Outfit Kombination. Und zwar habe ich mich für dieses schöne Tanktop entschieden. Es hat auch einen sehr, sehr weich fließenden Stoff. Wunder, wunderschön. Mit eingearbeiteten Cups. Du brauchst hier drunter kein Bürstier oder BH. Und was ich auch wunderschön finde, ist dieser Rücken. Das ist aus der Paddle Collection. Habe ich mir auch selber ausgesucht. Und wenn du heute keine Lust hast, auf lange Tanktops, ganz easy, mach doch einfach daraus ein Quoptop. Du hast nämlich hier unten drunter ein Gummizug mit diesem eingearbeiteten BH. Und wenn du dann heute auf lange keine Lust hast, machst du einfach daraus ein Quoptop. Ich finde es cool. Ich hoffe, dir gefällt es auch. Und mit dem nächsten Outfit zeige ich dir das ultimative Outfit von I Can, I Will. Ganz nagel, nagel, nagel neu in der Kollektion. Wir sehen uns gleich wieder. Kommen wir zum letzten und ich glaube auch heißesten Outfit ever von I Can, I Will. Und zwar ist das aus der neuen Ultimate Collection in Camouflage-Optik. Ein helles, helles Grau. Super, super sexy und bequem. Der Stoff ist genauso anschmiegsam wie auch in den ersten Outfits. Und hier möchte ich auch noch etwas sagen. Und zwar bin ich 1,69 Meter groß, wiege aktuell 62 Kilo, befinde mich in der zweiten Zyklushälfte. Wir Frauen wiegen in der zweiten Zyklushälfte meistens ein bisschen mehr. Und in den ersten Outfits habe ich komplett eine M getragen. Aber hier musste ich eine S wählen. Ja, ich denke, das ist eine wichtige Information, was die Größen-Auswahl angeht. Und jetzt möchte ich euch dieses schöne Outfit einfach mal vorstellen. Und zwar habt ihr, wie gesagt, diese Camouflage-Optik. Dann habt ihr jeweils am Knie, oberhalb des Knies, am Muskel jeweils zwei Nähte. Dann einmal findet ihr die komplette Seite mit den Emblemen. Hinten nochmal ein Aufdruck. Hier vorne könnt ihr das Ganze auch noch ein bisschen enger stellen. Die Tide ist High Ways geschnitten. Super, super bequem am Bauch. Und wie sieht die Tide nun von hinten aus? Das wollen wir Frauen immer wissen. Und deswegen zeige ich es euch jetzt. Einmal von hinten, Squat-Proof natürlich. Ihr findet nochmal hier die Bezeichnung Ultimate. Jetzt kommen wir zu dem mega, mega sexy Bürstier. Ihr habt hier an dem Bürstier jeweils zwei Gubi-Bänder mit der Aufschrift I can, I will. Was dann über den Nacken rüber geht. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gesehen, wie sexy dieser Rückenbitte ist. Den könnt ihr auch nochmals in der Mitte verstellen. Und auch hier habe ich eine S gewählt. Weil meine Brüste passen hier jetzt perfekt rein. Ich denke, bei einer M hätte ich oben einfach viel mehr Luft gehabt. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Ich glaube, dann quillt es hier so ein bisschen über. Aber ansonsten ist es mega, mega sexy. Ich habe mich jetzt nochmal umgezogen, weil ich euch noch unbedingt etwas zu dem Ultimate Sport BH sagen möchte. Und zwar hat er eine Art Push-Effekt. Das habt ihr bereits gesehen. Und was man halt auch machen kann, ist die Pads aus dem BH hinausnehmen, damit ihr den auch vernünftig waschen könnt. Und auch dieses Outfit kannst du mega krass kombinieren. Und ich habe mir noch ein Highlight für dieses Outfit ausgesucht. Und zwar gibt es zu diesem Outfit einen Hoodie. Der sieht erstmal aus wie ein einfacher Hoodie in schwarz. Auch ein super, super schöner fließender Stoff. So, ich klemme euch jetzt mal hier neu an. Hier seht ihr diesen super, super bequemen Hoodie, der auch jeweils links und rechts auf den Arm, I can, I can, I will, wie sagt man dazu, Bänder, Streifen, Streifen wahrscheinlich, ne, zur Zierde hat. Finde ich super, super süß. Aber dieser Hoodie hat eine Besonderheit. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen passt dieser Hoodie auch perfekt zu diesem Outfit. Seht euch diesen mega Rücken an. Einfach mega, dieser Hoodie. Der hat auch eine Kapuze. Finde ich auch super. Ich zeige es euch nochmal von hinten. Und das ist mein absolutes Lieblings-Lieblings-Outfit von I can, I will. Aktuell ganz neu in der Kollektion. Ja, und wie kann so ein YouTube-Review enden? Außer mit einem 20% Rabattcode für dich. Mit meinem Rabattcode DanielaKracht20. Du findest es auch alles nochmal unten unter diesem Video. Im Text kannst du 20% sparen. Und dieser Code gilt 48 Stunden. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Shoppen. Wenn dir dieses kurze, knackige Video gefallen hat, lass mir doch bitte ein Like da. Kennst du schon I can, I will? Auch dazu kannst du mir gerne was in die Kommentare schreiben. Wie findest du die Qualität? Welche Passform brauchst du? In welchem Training trägst du I can, I will? Schreib es mir einfach alles in die Kommentare. Und wenn du kein Workout mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, mir ein Like da lässt und auch einen Kommentar. Und ich mache jetzt auch noch ein bisschen Eigenwerbung. Am 31.10. kommt mein Halloween-Special online. Ich habe mir richtig, richtig viel Mühe gegeben. Da steckt so viel Arbeit und Liebe drin. Ich hoffe, du bist dabei bei meinem Special Halloween-Workout. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Bis bald, eure Dani.